13.07.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und darf man Tag 140 des Ukraini-Krieges herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Laut russischen Medien hat Lukaschenko den Abzug seiner Truppen von der ukrainischen Grenze zu ihren ständigen Stützpunkten angeordnet. Er behauptet, dieser Schritt diene der Entspannung und folge dem Abzug der ukrainischen Streitkräfte. Die Ukrainer verteidigen das Gebiet hier mit vier Brigaden, die auf mindestens zwei gut befestigte Verteidigungslinien Stellungen bezogen haben. Warum machen sie das, obwohl sie nicht im Krieg mit Belarus sind? Nun ja, das hat den Grund, da die Russen schon einmal über das Staatsgebiet Weißrusslands in die Ukraine eindringen konnten und man die Grenze so gut es geht schützen mag, damit so etwas nicht noch einmal passiert und die Russen nicht gleich vor Kiew stehen. Eine öffentliche Ankündigung, die eigenen Truppen abzuziehen, macht aber überhaupt gar keinen Sinn. Klar klingt es für den ersten Moment gut, weil man denken könnte, dass die Ukrainer dann einen Teil ihrer Grenzschutzbrigaden an die Ostfront verlegen, die gerade von den Russen dominiert wird. Das würde aber dann zur Folge haben, dass die Russen wieder über Belarus angreifen könnten. In den letzten Monaten haben wir oft genug Berichte im Lagebericht gesehen, die zeigten, dass die Russen vor allem Panzer in das Nachbarland schicken und diese könnten sie dann für ihren Angriff hernehmen. Das klingt einfach viel zu sehr nach einer Finte. Sehr offensichtlich und auch sehr vorausschaubar. Auch der Chef des ukrainischen Generalstabs meinte, dass die Russen in nächster Zeit wahrscheinlich versuchen werden, wieder über Weißrussland anzugreifen. Zumindest nannte er einen Angriff im Norden Kiews. Doch was meinen sie dazu? Finte oder tatsächlich sein Ernst? Meiner Meinung nach ist das eine rhetorische Frage, aber schreiben sie mir gerne ihre Meinung in die Kommentare. Die Ukrainer konnten die Russen an einem Grenzort zurückdrängen. Die Russen lieferten sich hier über die letzten Wochen mehrere Scharmützel mit den Ukrainern. Die haben wir uns ja öfter in den Lageberichten angesehen und nun konnten sie die Russen wieder hinter ihre Staatsgrenze drängen und das Gebiet ist aktuell zumindest wieder zu 100 Prozent von den Ukrainern befreit worden. Laut den Russen verschlechtert sich ihre Situation im Sektor Kharkiv und die Ukraine übernehmen langsam wieder die Oberhand. Jedoch gilt, dass nur für diesen Bereich, da an der gesamten Ostfront russische Geländegewinne gemeldet wurden, zu denen wir aber gleich noch kommen werden. Bei Hüboke bombardieren die Ukrainer das letzte von den Russen kontrollierte Viertel mithilfe ihrer Luftwaffe. Lange werden sie nicht mehr durchhalten können und da ihre Versorgung abgeschnitten wurde, kommt auch keine neue Verstärkung auf russischer Seite nach. Sie sehen selber, beide Ortseinfahrten sind von den Ukrainern kontrolliert. Die Russen versuchen diese zwar zurückzuerobern, können aber den Ort nicht verlassen oder verstärken. Das heißt, die haaren so lange damit aus, wie sie eben nur können. Am Beibovsstand sieht es folgendermaßen aus. Beide Seiten versuchen verzweifelt die Kontrolle über den Nordteil der Stadt beizubehalten. Keiner der Parteien gelingt es aktuell die Oberhand zu gewinnen und keiner vermeldet größere Geländegewinne. Laut dem ukrainischen Generalstab wollen die Russen nur noch mehr Soldaten in die Stadt beordern, so dass diese auf gar keinen Fall wieder von den Ukrainern befreit werden kann. Das ist sehr interessant. Denn schließlich haben die Russen den Angriffsvektor bei Kharkiv ja nur eröffnet, damit sie ukrainische Einheiten binden können. Nun müssen sie aber nach dem Abzug mehrerer Einheiten neue und frische Soldaten in das Gebiet hineinbewegen, obwohl das eigentlich gar nicht in ihrem Interesse stand. Nun binden sie auch ihre eigenen Soldaten bei Kharkiv, die dann die anderen Frontabschnitte natürlich verlassen werden oder an ihnen fehlen. Nachdem die Russen einen Kinderkranken aus Kiew zerbombt haben, hat ein russischer Pilot laut ukrainischen Angaben, die ich so natürlich nicht prüfen kann, nach dem Angriff vertrauliche Informationen an den ukrainischen Geheimdienst übermittelt. Diese Informationen trugen zur Identifizierung von 30 Personen bei, die hohe Führungspositionen in einer russischen Bomberdivision inne hatten. Der russische Pilot sei anscheinend aus der 22. Division, die mit Kh-101 Marschblockkörpern ukrainische Städte beschossen hatte. Hier sehen wir ebenfalls die Personen auf einem Bild, welches der Pilot angeblich mitlieferte und eben zur Identifizierung der Menschen beitrug. In Bayrosch de Livia konnten die Russen in den Ort einringen. Das Gebiet nördlich von Solidar war das letzte Jahr relativ ruhig und es gab kaum russische Angesrichtungen, da die meisten Kräfte auf die nicht weit entfernte Stadt Bachmut konzentriert waren. Jetzt greifen die Russen aber auch wieder hier an und erhöhen somit den Druck an einem weiteren Frontabschnitt. Wir haben ja in den letzten Berichten gesehen, dass sie bei New York und auch anderen Städten durchgehend angreifen, zusätzlich zu den größeren Städten wie beispielsweise Chassifia, in denen sie ohnehin schon sind. Gleichzeitig sehen wir auch Angriffe an anderen Frontabschnitten, an denen sich heute nicht so viel getan hat, aber wir wissen ja alle sehr gut, dass die Russen in mindestens acht größeren Städten entlang der Front gerade kämpfen. Das erhöht auf ukrainischer Seite natürlich immens den Druck, der mit jeder neuen Stadt und jeder neuen Siedlung, die hinzukommt, müssen eben neue Kräfte wieder verlegt werden und diese fehlen gerade auf ukrainischer Seite. Nordwestlich von Novo Alexandrivka konnten die Russen wieder einige Meter zum Vortag erobern. Die Kreuzung vor dem letzten größeren Ort vor der überlebenswichtigen Straße haben sie bisher nicht erreichen können. Die Ukrainer müssen nun alles daran setzen, das Dorf uneinnehmbar zu machen, da die Russen sonst nahezu problemlos weiter vorrücken können. In der Region Rostov bringt ein weiteres Öldepot, die Ukrainer konnten dieses mit Drohnen treffen und im Brand stecken. Was verursacht nun das Ganze? Natürlich ein Verlust und Schulden und solche Dinge zu kompensieren ist eben schwer und dafür benötigt es Gelder. Aber was macht man denn, wenn die eigene Wirtschaft bis auf die Kriegswirtschaft am Fallen ist, man sanktioniert wurde und man kaum Exporte oder ein höheres Bruttoinlandsprodukt aufweist. Man erhöht natürlich die Steuern. Die Russen werden nun die Steuern für Reiche erhöhen, um einen geschätzten Mehrgewinn von 27 Milliarden Dollar zu erzielen, damit man sich den Krieg noch leisten kann. Der Haushalt wurde in diesem Jahr ohnehin schon erhöht und fast alle Gelder gehen nun in die Kriegsindustrie. Ein kleiner Vergleich, da die Russen ja sehr oft behaupten, dass sie mit der NATO auf ukrainischem Territorium im Krieg wären. Die NATO hat in etwa 0,7% ihres Kapitals oder ihrer Gelder bzw. Rüstungsgüter in den Ukraine-Krieg investiert. Nur mal um eine Zahl nennen zu können. Der im letzten Jahr von den Ukrainer eroberte Ort Uruscheine wurde von den Russen erobert. Zumindest konnten sie zwei Flaggen in der Mitte des Ortes und im Norden platzieren. Ich habe das Gebiet jetzt aus dem Mund auch als Erober gekennzeichnet, da es keinen Nachweis über weitere ukrainische Präsenz gibt und auch keinen Nachweis über Kämpfe in diesem Ort. Und damit bedanke ich mich für das Zuhören. Lassen Sie gerne ein Abo, Like oder Kommentare und bis zum nächsten Lagebericht.